Untertitelung des ZDF, 2020 Du stellst nie wieder einen Fuß in dieses Zimmer! Du bist ein trauriger Versager! Die Familie zerbricht und mehr habt ihr nicht zu sagen? Ach, du glaubst gar nicht, wie frei ich mich dabei fühle. Ich erinnere mich an eine Bemerkung von einem deiner Lehre an deinem Zeugnis. Hat den Tiefpunkt erreicht, aber hört nicht auf zu graben. Freitag, 3. Dezember 1993. Der erste Tag vom Rest meines Lebens. Was soll dieser Krach? Als Vater habe ich die Pflicht, dir zu sagen, das Rauchen sehr, sehr schlecht ist. Ich liebe dich. Aber ich bin dein einziger Sohn und es gibt bei dir nicht ein Foto von mir! Das ist doch völlig unglaublich! Jeder hat Fotos von seinen Kindern! Kinder zu haben ist einfach etwas Wunderbares. So sind wir. So ist das Leben. So ... So ... So ... wegen der ... Wo ist dasoterres��erinnen?! actually ... Musik ... Musst du aus ... rồi ...